Ich bin fassungslos, Michael. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Polizei glaubt, dass er einen Dieb überraschte, als er in sein Zimmer ging, um zu packen. Würden Sie das auch sagen? Oder fiel Ihnen etwas Ungewöhnliches auf? Naja, etwas schon. Ich jagte hinter dem Kerl her, doch er löste sich in Luft auf. Wieso? Von den vier Treuhändern des Curtis-Nachlasses ist Henderson der zweite, der unerwartet in den letzten Monaten gestorben ist. Das sind zu viele Zufälle, würde ich sagen. Devin, ich weiß, das ist jetzt weniger wichtig, aber die Zeit drängt. Da nun Max tot ist und die Dokumente vor seinem Tod nicht mehr unterzeichnet hat, können jetzt Sie und ich das Geld verwalten. Selbstverständlich, Ian. Ich dachte, Sie wären darüber aufgeklärt, dass die Vollmacht auf die noch lebenden Treuhänder übergeht. Ich nehme den nächsten Flug und werde Sie die Abflugzeit wissen lassen. Bonnie, ich frage mich immer noch, warum der Kerl von einer Sekunde zur anderen von Kitts Scanner verschwand. Check seine Systeme nochmal durch. Bereits eine Fehlfunktion könnte zu einer Störung führen. Kennen Sie sich mit der Elektronik aus, Doc? Dr. Browning hat viele von Kitts Anlagen entwickelt, R.C. Wirklich? Und sie alle funktionieren einwandfrei. Wir hatten den Kerl bereits in eine Sackgasse gedrängt. Das sieht mir nach einer wohlgeplanten Flucht aus. Ich glaube, Devin ist auf der richtigen Spur. Michael, ein vorsätzlicher Mord kann es nicht gewesen sein. Henderson wäre eigentlich gar nicht auf seinem Zimmer gewesen. Eine Menge Leute haben ihn weggehen sehen. Einer könnte ihn verfolgt haben. R.C.? Laut Auskunft der Platzanweiserin ist keiner während der Show gegangen. Ich fürchte, eine Person hat sie doch verlassen. Ich kann dir nicht folgen. Wer? Templeton. Ach, Templeton. Michael, er steckt in einer Zwangsjacke, war in einem Sack verschnürt und dann noch angekettet. Du sagtest doch, die Polizei denkt auch, es wäre Raubmord gewesen. Und möglicherweise hast du dich auch geirrt, Michael. Oh. Was habe ich denn gesagt? Das Zauberwort. Templeton. Sie ist mit ihm zum Mittag. Oh. Ja? Nein. So arbeite ich nicht. Sie entscheiden, wer. Wann und wo, werde ich sagen. Durch dieses Risiko verdoppelt sich mein Honorar. Ja, ich habe verstanden. Kit untersucht die Garage. Es muss hier noch irgendwo einen Ausgang geben. Leider immer noch negative Anzeige auf allen Systemen. Vielleicht hat Bonnie recht und wir sind auf dem falschen Dampfer. Moment, ich habe eine getarnte Feuertür entdeckt. Wahrscheinlich wurde die verdeckt, als man das Hotel renoviert hat. Wo ist sie? Wo ist sie? In der hinteren Ecke links. Ich wette, die funktioniert noch. Ich verstehe nicht, dass ich sie gestern übersehen habe. Mach dir darüber keine Sorgen. Du hast keine Struktur analysiert. Du hast nach einer Person gesucht. Das wurde erneuert. Das wurde erneuert. Abracadabra. Bis gleich. Wie machen Sie das? Okay, sehen Sie her. Sie halten die Hand einfach so. Ich verstehe. Also, die Karten werden so zusammengehalten. Die Karten werden gebogen. Und Sie kommen von dieser Seite. Ich kann das nicht. Gut, und jetzt biegen Sie die Finger. Werfen mit Rechtsauffang. Wahnsinnig. Ich glaube, also... Finger biegen, Finger biegen. Das war wohl nichts. Versuchen Sie es nochmal. Wir haben ja noch ein paar. Was liegt denn hier für eine Karte? Sie behaupten, mich mit Ihnen zu spielen. Sie sehen, ohne meine Karte bin ich hilflos. Ich brauche Sie. Einer von Ihren alten Tricks, Templeton. Michael! Tut mir leid, dass ich störe. Ich fand eine stillgelegte Tür unten in der Garage. Da, wo ich gestern Hendersons Mörder verloren hatte. Welch ein Zufall. Sie führte direkt hierher. Dies ist ein sehr altes Hotel, Mr. Knight. Sein Untergeschoss ist ein Labyrinth, das in viele Richtungen fährt. Da Miss Barstow und ich gerade zum Lunch aufbrechen wollten, möchte ich Sie bitten, zur Sache zu kommen. Ich zeige Ihnen was. Das ist doch das Tuch aus Ihrer Show, oder nicht? In der Tat. Ich fürchte, das ist es. Hendersons Mörder hat es zurückgelassen. Ich hätte wohl doch lieber sagen sollen, eines von den Tüchern. Siehst du, Michael, jeder von uns hätte es kriegen können. Ich versichere Ihnen, dass ich daran arbeite, Mr. Knight. Hier kommt Knight Rider. Ein Auto.